Die Kirche von der Kirche Ja, hallo! Meine Freunde, wie wir heute hier waren, mit einem Kirchen wieder, mit einem Bürgdurch. Ich freue mich, dass jeder sich an die Kirche von der Kirche und so viele wertvolle Gedanken an die Kirche von der Kirche und ich freue mich, die Kirche von der Kirche zu kennen. Einmal war er in der Kirche und dann sagte ich, dass es ein wertvoller Träumer war. Der nächste war ein wertvoller Träumer. Der ganze Bürgdurch ist wertvoll. Und von der Kirche war ein wertvoller Ding in der Kirche, die sagt, ein Chantiken von einem christlichen Charakter und abrechtlich sein. So wie als Christen, nur eines wird die Kirche und so wird die Kirche. Ich finde von der Kirche besonders in der Kirche mit den Schriftstädten und dort sehr sehr wichtig ist. Und dort soll ich ein Chantiken und von einem christlichen Charakter und abrechtlich sein. So wir hatten eine Aufgabe an das Leben, und wir können nicht alles vorliegen und das verwelten. Die wollen deutsche Schriftstädten sein, aber wir wollen hier ein Klienbäschchen kicken. Ab Fäuserfeuer 25, du wolltest reden von, wo wir reden von wir reden von Wir reden von von Fäuserfeuer und von was mit uns Christen soll rüttdachen, mit uns Charakter, abrechtlich an die Wahrheit. Ein Gauder Wirt soll da rüttkommen. Und er soll ein Wirt rüttkommen, was erbütlich ist. Ab Pfaserfeuer 29, der sagt uns, dass das Charakter dort war. Der sagt, red nirsch, was die nächsten Schulen kann, red bloß, wo ihr euch geholpen wollen, da gehen hier und dann. So eine Abrufung, wie du so bist. Und wir haben mit geredet von Dingen, wo wir reden, dann nicht. Und aber das sage ich hier von uns, dass wir abrechtlich sind, an den Charakter, mit Reden, und auch mit uns Handeln. Weil wir noch nicht mehr denken, uns Handeln ist auch wichtig. Uns Lebenswohnen, wo wir Schacheren tun, wo wir Köpen und Verköpen tun. All diese Dinge, die spielen eine große Rolle in uns Christenleben. Nicht als auf dem Ollen Testament gesagt worden, wenn wir von der Kirche in dem Sprichkapitel auch, aufhören, du sagst, der Herr ist verliehen mit einem verstandenen Gewicht. Aber häufig wird sich ein verstandenen Gewicht. So, du hießt noch heute auf der dritte Mose, wir würden in der dritte Mose gehen, du würdest wie viel von der Fingwäse der Jahnwäsche, die Bibel sieht immer alles, wenn man in der Schule auch will. Und hier sagen sie bis einmal, dort der Herr ist verliehen mit einem verstandenen Gewicht. Dort meint, wo nicht abrechtlich ist. Dort soll abrechtlich sein. Das sage ich uns, aber der Herr freut sich zu einem verstandenen Gewicht. So, das ist, was im Ollen Testament geschrieben ist, wo der Herr sich zu freien, das wird wie abrechtlich sein ans Leben. Und wir finden es noch in dieser Fingwäse, in der Kolosser Kapitel 3, Vers 22, du sagst, dass so ist das. Oder besser, ihr hört die Neuerschläge und alle Sachen, und nicht mehr dann, wann so ein Sägen am Anteil gefolgen. Ihr hört mit einem abrechtlichen Hort, und Gott ist fertig. Dann sage ich noch in der anderen Fingwäse, und alles wird gedauert, dort vom Hort und Jählen aus für Gott, und nicht für Menschen. Der Herr Jesus, der will handeln, dass wir abrechtlich in Trüsel sein, mit unserem Leben, mit unserem Wirt, mit unserer Rede, in dem wir handeln, und wir schafften. So, das ist der Thema von dem. Ein Kindheit, und uns Christen, wo wir reden, und wo wir handeln. So, wenn wir uns an der Maut merken, dass wir in dieser Welt noch in Licht sein wollen, wir wissen, dass wir viel Diestritt in dieser Welt, aber dass wir in Licht sein können. Das wird der Herr von uns verlangen. So, Gott ist Segen, in den harten Scheinen da auch wieder. und ich gehe mit dem好的 Früнес knock auf deterucher. Also, ich bin gerade aus der Frauen. Das ist das Hort.